die dhv news vom dritten september 2021 bärbock klar für legalisierung cdu bullshit über cannabis laschets justizminister biesenbach herzlich willkommen bei den dhv news wie ihr seht bin ich heute mit dem rollkoffer ins büro gekommen ein bisschen platt machen und wie ihr auch gesehen habt ist der werbeplatz wieder frei am anfang der dhv news da war ja jetzt ein paar wochen lang die icbc die russer business cannabis konferenz cannabis business konferenz die ist jetzt vorbei die war ja letzte woche und jetzt der werbeplatz wieder frei ja also wenn du eine firma hast die werbung machen will in einem tollen umfeld hier sehr sehr viele views erzielen willst mitten ins herz der cannabis community in einer beliebten sendung ja und 15.000 euro als diamantsponsor übrig hast und gleichzeitig unsere arbeit unterstützen willst im moment ist der platz exklusiv verfügbar solange keine zweite firma kommt apropos icbc ein hinweis von meiner eigenen watchlist sozusagen der kollege jürgen neumeyer vom branchen verband cannabis wirtschaft hat da eine politikerrunde organisiert und da zeigt sich jetzt einer der einer der vorteile die es gebracht hat den wirtschaftsverband noch mal auf eigene beine zu stellen wir sind ja jetzt als handverband nicht mehr wirtschaftsverband und sind jetzt nur noch für die privaten legalisierungs befürworter da und die firmen haben einen eigenen lobbyverein eben den bvcw und siehe da ein cdu politiker hat zugesagt für dieses panel auf der icbc auf der business konferenz beim business verband hat sich der herr rüttel blicken lassen hat zumindest online dazu geschaltet worden er war ja auch noch mal mit der forderung nach modellprojekten in der presse für ein cdu politiker recht aufgeschlossen das werde ich mir wohl angucken dieses video es ist verlinkt das empfehle ich jetzt einfach mal ohne es gesehen zu haben einfach weil es neuigkeitswert hat mit cdu politiker dabei und noch was von meiner watchlist lieb law enforcement against prohibition hat eine ganze videoreihe gestartet mit kurzen statements von mehr oder weniger prominenten mitgliedern von lieb unter anderem zum beispiel die bekannteren hubert wimber andreas müller mark benecke kirsten kappert und noch ein paar mehr deren namen ihr auch schon mal gehört habt wahrscheinlich ich habe es nicht geschafft das zu machen weil ich hier irgendwie mit dhv kram so beschäftigt bin im wahlkampf aber werbung mache ich gerne dafür und wenn wir mal angucken noch die statements sind recht kurz wie gesagt nicht so ein ausführliches gelaber wie ich das hier mache auch die sind verlinkt in der video beschreibung und ja man kann auch mitglied werden bei lieb und auch den laden unterstützen besonders wenn man natürlich schon dhv mitglied ist und unsere arbeit unterstützt und noch mehr machen will oder wenn man den dhv nicht mag lieb unterstützen noch ein hinweis in eigener sache wir haben mal wieder eine ausschreibung laufen wir stellen wieder ein und zwar in dem fall ein computermann ja wahrscheinlich wird es ein mann ich fürchte die kombination interesse an legalisierung plus arbeitssuchend im bereich it ist wahrscheinlich ein mann aber frauen auch natürlich sehr gerne gesehen in den bewerbungspost eingängen ja schaut euch an teilzeit erst mal 24 stunden es geht um die pflege unserer hardware um die homepage also relativ breit gefächerte arbeit und welche anforderungen wir da so stellen seht ihr in der ausschreibung und wie ihr euch bewerbt und so weiter und so fort guckt nach ja auch das findet ihr noch mal verlinkt in der video beschreibung lest euch das durch fragt mich hier in den kommentaren ja da habt ihr schon verloren ja wenn ihr da bewerben wollt und kompetent seid dann kriegt ihr dann auch geregelt die nachricht zu finden und euch da ganz offiziell zu bewerben so jetzt ist mal nochmal der dhv thema aber halt ja schon glaube ich ein eigenes kapitel wert wir sind jetzt richtig am hochfahren ja ich habe vor zwei drei monaten schon die kommentare gesehen ja wie hier mit eurer kampagne da zur wundestagswahl nur die wir so wir sollen jetzt die abgeordneten anschreiben und ihr macht gar nichts da muss noch mehr kommen waren so ein paar kommentare die ich gelesen habe klar kommt da noch mehr ja wir haben natürlich auf die heiße wahlkampfphase gewartet ihr habt schon mal gehört dass wir diese anzeigen geschaltet haben in parteizeitungen ja das waren so die ersten dinger wo wir eben auch angefangen haben jetzt geld auszugeben jetzt geht es weiter aber erst mal noch der hinweis wir haben diverse videos in unserem kanal online gebracht also da seht ihr auch dass die wahl auf uns zukommt viel mehr videos als normal hier im kanal und darunter ist auch das erste video aus unserer reihe mit den einzelinterviews mit den drogenpolitischen sprechern der bundestagsfraktionen und den anfang macht wieland schinnenburg von der fdp also schaut euch das video mal an schaut mal was die menschen so sagen die versuchen die drogenpolitik in deutschland zu verändern ja was so hinter der anonymität der parteien eben an persönlichkeiten für euch kämpft da im bundestag außerdem haben wir mehrere promo videos für unsere kampagne zeit für legalisierung online gestellt und der das erste davon ist noch mal ein aufruf an alle handfreunde mitzumachen ja nochmal schreibt eure wahlkreiskandidaten an ja auch wenn wir jetzt unsere aktivitäten hier hochfahren und so ihr seid trotzdem noch gefragt ich habe gerade mit einem direktkandidaten und politiker mal gesprochen gehabt letzte woche der hat uns erzählt in seinem posteingang ist das thema cannabis legalisierung erst an fünfter stelle ja nach anderen themen über die er auch e-mails bekommt ja ist natürlich schon mal nicht schlecht ja ohne unsere kampagne hätten wahrscheinlich viele direktkandidaten überhaupt keine e-mails zu kann aber ist im posteingang und fünf ist schon mal nicht schlecht aber ich glaube da geht noch was ja also wenn ihr noch nicht da teilgenommen habt es ist wirklich ganz einfach geht auf handverband.de btw 21 gebt eure postteilzahler ein ihr kriegt sofort gesagt wer sind eure wahlkreiskandidaten wie ist die e-mail-adresse oder social media kanäle textvorschläge ja hinschicken ich bin im wahlkreis ich will legalisierung zack fertig ungefähr ja ganz einfach jeder impuls hilft da an der stelle so jetzt haben wir noch mehr videos die anderen sind eher themenvideos und die zielgruppe außerhalb unserer blase jetzt hier wir wollen möglichst vielen leuten klar machen dass jetzt wirklich zeit ist für die legalisierung jetzt ja nach der wahl nächste koalition soll bitteschön legalisieren die zeit ist reif dafür und weil wir da natürlich jetzt auch leute außerhalb der bubble erreichen wollen bewerben wir die videos auf facebook auf youtube und die zielgruppe sind schwerpunktmäßig politisch interessierte menschen damit dann letztendlich natürlich auch diese botschaft wieder in den parteien ankommt bis hin zu den koalitionsverhandlungen am ende das wirklich klar ist cannabis ist thema da muss was passieren jetzt das heißt auch dass wir jetzt richtig dabei sind das geld auszugeben dass ihr uns zu weihnachten für diese kampagne gespendet habt um die bundestagswahl zu begleiten sozusagen da geht es jetzt also richtig in die vollen online eben um diese videos zu verbreiten die möglichst vielen leuten mitzugeben sozusagen aber eben auch offline und zwar mit unseren großplakaten die sind jetzt in schwerin die ersten auf der straße gelandet sozusagen angekommen wir haben insgesamt was war es 141 großflächen und 14 mega lights gebucht in diversen deutschen städten schickt uns gerne folos von den großplakaten in eurer stadt an kontakt.verband.de da sehen wir natürlich gerne mal wie diese rüber kommen und so weiter viele freuen sich darüber mal endlich in ihrer stadt legaleis werbung zu sehen in den meisten fällen ist das ja noch nie der fall gewesen zumindest haben wir von uns aus noch nie so viele plakate hängen lassen wie dieses jahr das reicht natürlich nicht für alle städte in ganz deutschland ich habe dann auch wieder in den kommentaren schon gelesen zu dieser nachricht ja hier in meiner stadt ist aber nichts ne was weiß ich kassel und so klar sind auch große städte zentrale städte und so die teilweise keine plakate abkriegen wir wollten ein paar auch in ländlichen raum bringen in manchen städten sind es halt mehrere aber man braucht halt viel mehr geld wenn man das wirklich flächendeckend ausrollen will und am ende jeder so ein plakat gesehen hat dafür reicht es nicht aber immerhin doch 150 stück in ganz deutschland das wird schon der eine oder andere mensch zu sehen kriegen und auch da geht es natürlich letztendlich darum zeit für legalisierung ja diese message unterzubringen jetzt sollte es so weit sein dass da was passiert und wenn ihr diesen slogan zeit für legalisierung auch selber weiter befeuern wollt teilt diese videos auf euren lieblings plattformen und bestellt in unserem online shop die aufkleber flyer plakate und so weiter zeit für legalisierung macht damit und am ende kriegen wir was geregelt schon letzte woche habe ich überlegt ob ich das mit rein nehme hier so einen kleinen videoschnipsel von annalena baerbock ich habe mich dann letzte woche dagegen entschieden aber aus aktuellem anlass hole ich das jetzt nach kurzer ausschnitt von aed berichte aus berlin es gibt sehr sehr viele fragen zu ob die grünen und sie cannabis legalisieren wollen ja oder nein ja gut dann haben wir das geklärt die die medien dominiert hat letzte woche dann allerdings daniela ludwig mit ihren geldbußen für sechs gramm ja da ist dann auch dieses ding erst mal untergegangen aber annalena baerbock hat nachgelegt und in kiel ja noch mal bekräftigt sie ist für legalisierung und das natürlich eine angenehme abwechslung dass das jetzt mal gehypt wurde nach eben ludwig und ihren bußgeldern das wurde von der dpa nämlich aufgegriffen und ist dann in allen möglichen medien zu lesen gewesen dass baerbock eben die legalisierung will um polizei und justiz zu entlasten und da zeigt sich wieder ja unser ziel cannabis ist wahlkampf thema und soll eben auch koalitionsthema werden damals schöne überschrift zum beispiel einer dieser vielen artikel darüber im merkur titel auch spd fdp und linke pro legalisierung wird cannabis zum koalitionsthema baerbock fordert freigabe wie bei alkohol union blockt also jetzt schon nicht mehr nur die rede in medien von wahlkampf thema sondern auch von koalitionsthema sehr schön wo wir dabei sind cdu blockt ja waren super hinweise auf mein nächstes thema was passieren könnte ja wenn viele von euch nicht wählen gehen das will ich jetzt mal drastisch vor augen führen was dann passieren kann ja weil wenn ihr nicht wählen geht dann ist das am besten für die partei die ihr auf keinen fall wählen würdet also die cdu ja und dann kann es sein dass ihr denkt die umfragen sind ja stabil ja das wird schon gut gehen ja und dann wacht ihr am ende auf und habt auf einmal an armin laschet als kanzler vor der nase sitzen und der bringt dann die ganzen cdu komiker mit von denen er denkt die sind geeignet minister zu werden ja mein beispiel ist peter biesenbach aus hückeswagen peter biesenbach aus hückeswagen ist nämlich justizminister in laschets gruselkabinett in nrw und da zeige ich euch mal ausschnitte was dieser minister so über cannabis zu sagen hat jemand der einen joint raucht ein einziger ist etwa anderthalb tage im straßenverkehr so gefährlich wie jemand der voll alkoholisiert auto fährt ja das kompletter humbug ja da frage ich mich wie kommen die leute auf solche behauptungen auf so ein unsinn ja ist das inkompetenz oder ist das gelogen ja ich weiß es manchmal wirklich nicht klar kann die fahrtültigkeit durch cannabis beeinträchtigt sein ja für ein paar stunden aber nicht für anderthalb tage nach einem gerauchten joint das blödsinn und die erhöhung der unfallwahrscheinlichkeit kann überhaupt nicht so hoch steigen wie sie bei einem alkohol vollrausch ist da ist nämlich die gefahr für einen unfall um ein vielfaches höher als bei einem cannabis rausch also völlig falsch diese behauptung da kann ich nur empfehlen mal auf unsere die seite unserer führerschein kampagne zu gehen da ist das ein bisschen genauer auseinander gedröselt wirklich fakten ja die kampagne klarer kopf klare regeln hatte eine eigene homepage oder hatte immer noch da gibt es richtige infos wenn wir gerade dabei sind ja beim peter biesenbach noch einer zehn prozent der konsumenten haben in kurz als in kurzer zeit dann diese psychischen schaden der auch dann nicht mehr nicht mehr weg geht also habt ihr gehört ja zehn prozent der cannabis konsumenten haben in kürzester zeit einen psychischen schaden laut justizminister nrw kompletter humbug ja inkompetent oder gelogen keine ahnung ich empfehle cannabisfakten de unsere seite vom letzten jahr angefüttert mit jede menge fakten und vernünftigen quellenangaben und links und so weiter da erfährt man was die wahrheit ist oder man kann man natürlich auch jetzt mal sagen der sollte mal echten wissenschaftlern zuhören aber es ist schön das ist modisch zu sagen wir müssen cannabis freigeben aber es sie werden keinen ernsthaften wissenschaftler finden der dieser these beitritt ja ist einfach zu krass welche sch*** dieser justizminister in nrw so daher labert über cannabis wo lebt er denn im kaninchenbau ohne internet oder wie oder wahrscheinlich kennt er gar keine wissenschaftler ja dann kennt auch keine die für legalisierung sind noch so ein beispiel ja was euch droht wenn ihr nicht wählen geht ich war letzte woche zu gast in der rbb abendschau davor haben sie so einen einspieler gebracht wie das so üblich ist und da den fraktionsvorsitzenden der berliner cdu zu wort kommen lassen also den offiziellen oppositionsführer in berlin burkhard dregger die neuesten studien aus den vereinigten staaten zeigen dass mit der liberalisierung und der freigabe von cannabis die zahl der menschen die cannabis konsumieren sich verdoppeln und die menge an cannabis die konsumiert wird sich verdreifacht todeslost inkompetent der mann ist einfach unglaublich auch dazu kann man nur folgendes sagen die zahlen die da genannt worden sind dass sich den usa nach der legalisierung der konsum verdoppelt die die menge verdreifacht die da konsumiert wird es kompletter unsinn ja ich frage mich wo die es her haben ich gucke mir auch immer die studien aus den usa an das stimmt nicht also geht wählen ja die cdu droht kennst du das auch du bekommst immer wieder schlechtes gras gar kein gras oder sogar gestrecktes bei einer legalisierung könntest du jetzt in ein schönes geschäft gehen dich beraten lassen und dir eine sorte aussuchen oder gleich im garten selbst anbauen quasi bio du hast den schwarzmarkt und die probleme satt und willst endlich legales gras wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat schluss mit krimi cannabis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen link in der infobox welche folgen das noch hat wenn so eine partei das sagen hat ist meine letzte nachricht für heute habe ich ja vor kurzem schon mal berichtet als die nachricht kam dass jetzt cannabis aus afrika in deutschen apotheken verkauft wird diese leute diese fundamentalisten ja die wollen nur ganz wenig anbau in deutschland zulassen weil die eben glauben dass wir sofort alle verrückt werden von dem zeug ja und dann sagen die noch sie werden wirtschaftsfreundliche partei und jetzt kommt die nachricht dass nicht nur aus afrika mittlerweile cannabis importiert wird sondern jetzt auch aus jamaika aus jamaika wird cannabis in deutschen apotheken verkauft denn verbrauchen tun die deutschen patienten natürlich mittlerweile eine menge cannabis als medizin nur der anbau in deutschland den wir die cdu ganz klein haben damit bin ich bei den terminen ludwigshafen macht ein infostand unsere ortsgruppe am samstag 4 september halle eine kundgebung frei lieben frei genießen so eine csd aktion wird bestimmt schön bunt mit beteiligung der ortsgruppe in regensburg macht die ortsgruppe ein infostand in am 5 september sonntags jetzt oldenburg ja oldenburg hat mich ja voll verwirrt letzte woche zwei termine kurz hintereinander ich habe mich erkundigt tatsächlich in oldenburg die sind auf einmal tierisch aktiv und treffen sich andauernd also können jederzeit mitmischen da sonntag 5 september treffen die sich online und da kommt noch mehr ja gleich und heidelberg trifft sich die gruppe montag 6 september in oldenburg trifft sich die gruppe zum online hanf schnack dienstag 7 september in freiburg macht die gruppe einen infostand am mittwoch 8 september freiburg trifft sich die ortsgruppe auch am 8 september in karlsruhe gibt es eine demo piratenpartei karlsruhe ist natürlich spannend weil verfassungsgericht mittlerweile jede menge vorlagen da von gerichtern die sagen das cannabis verbot ist verfassungswidrig jetzt eine demo organisiert von der piratenpartei freitag 10 september in zürich gibt es die cannabis business expo samstag 11 september bis sonntag 12 september noch mal so ein business termin in oldenburg trifft sich die ortsgruppe am sonntag 12 september und in oldenburg macht die gruppe einen online stammtisch am dienstag 14 september und jetzt mal hamburg 14 september stammtisch ortsgruppe fertig like dieses video abonniert den kanal drückt die glocke und ich wünsche euch noch einen schönen tag und ein beruhsam abt so 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 so